Liebe Faustball-Freunde, wir haben für euch auch ein paar Übungen zusammengestellt, und zwar für den koordinativen Bereich. Für einen Faustballer, wie für alle Spielsportarten, ist es sehr wichtig, dass man auch in diesem Bereich wirklich fit ist. Wir haben einfache Übungen und wir zeigen euch, wie ihr mit wenig Aufwand diese Übungen immer schwieriger gestalten könnt, sodass es wirklich für jedes Niveau etwas dabei hat, für die Kleinen wie auch für die Grossen. Viel Spass beim Trainieren! 1 2 2 2 2 2 3 4 5 Das war's. 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 Das war's.